In der Regel reagieren Anleger im Krisenfall mit einem instinktiven Verhalten, das heißt Panik und Flucht. Da bildet die aktuelle Covid-19-Krise leider keine Ausnahme. Wir blicken insbesondere in den Frühlingsmonaten auf einen sehr, sehr turbulenten Markt zurück. Der Markt war teilweise eingefroren, der Handel, die Liquidität war sehr eingeschränkt, neue Anleihen konnten kaum begeben werden. In dieser Situation wurden kaum Unternehmen verschont. Anleger haben sich panik- oder fluchtartig von ihren Papieren getrennt, ohne dabei zu differenzieren, ob es Unternehmen gibt, die möglicherweise stärker von dieser Krise betroffen werden. Beispielsweise der Hotelsektor, der Reisesektor, wo die Cashflows mit Sicherheit gegen Null gehen oder andere Sektoren, die möglicherweise von dieser Krise profitieren können, beispielsweise der Gesundheitssektor oder der Technologiesektor. Den Grad eines Ausverkaufs bzw. des Risiko einer Unternehmensanleihe lässt sich sehr schön am Credit Spread ablesen. Die Credit Spreads bedeuten, das ist der Risikoaufschlag gegenüber einer Unternehmensanleihe im Vergleich zu einer Staatsanleihe mit gleicher Laufzeit. Die Credit Spreads haben sich in der aktuellen Krise, wenn überhaupt, noch nie in der Vergangenheit so schnell ausgeweitet. Wir haben aber auch eine ganz klare Gegenreaktion gesehen von Seiten der Zentralbanken und der Staaten. Das zeigt, dass hier sehr sehr gut, sehr sehr schnell reagiert wurde und die einzelnen Institutionen sicher aus der Vergangenheit, insbesondere der Finanzkrise 2008, 2009 gelernt haben und hier sicher richtig reagiert haben. Wir rechnen nicht mit einem weiteren Zusammenbruch des Marktes. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir versuchen, unser Verhalten zu ändern. Rationeller werden, differenzierter agieren und insbesondere genau darauf achten, welche Unternehmen sind wirklich von einer Krise betroffen und welche Unternehmen können von einer Krise möglicherweise profitieren. Also wir sollten versuchen, differenziert zu handeln. Ganz klar gesagt, die Spreu vom Weizen trennen. Hochzinsanleihen, also Anleihen mit einem höheren Risiko, verhalten sich in der Regel relativ ähnlich im Vergleich zu Investmentgrade Anleihen. Das Muster ist dasselbe. Wir haben hier insbesondere zu Beginn der Krise, also im Frühjahr 2020, eine massive Ausweitung des Marktes gesehen. Die Risikoabschläge sind um bis zu 1000 Basispunkte, das heißt 10 Prozent, gestiegen. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, dass der Markt nach wie vor relativ gut funktioniert hat. Wir haben hier keine Einfrierung des Marktes gesehen und insbesondere aus den USA. Hier sehr, sehr große Nachfrage vor allem von Versicherungsgesellschaften oder auch von Investoren aus Asien. Die Nervosität an den Märkten wird sicher hoch bleiben. Wir rechnen mit weiteren Herabstufungen beziehungsweise Ausfällen auf Unternehmenskreditseite. Nichtsdestotrotz sind wir davon überzeugt, dass diese Unsicherheit nicht die gesamten Märkte erfassen wird, sondern auf einzelne Branchen und Sektoren begrenzt sein wird. Ich glaube, es ist wichtig zu differenzieren und Sektor für Sektor zu betrachten. Während einzelne Branchen und Sektoren sicher stärker unter Druck geraten werden, wie beispielsweise der Energiesektor oder auch Teile des Konsumgüterbereichs, werden andere davon profitieren können, wie beispielsweise Gesundheitssektor oder Technologie-Sektor. Man muss festhalten, dass diese Krise oder jede Krise auch für Chancen sorgt und als aktiver Manager sind wir in einer idealen Ausgangsposition von diesen breiteren Möglichkeiten, die sich der Markt uns eröffnet, zu profitieren. Quindi werden wir in einer suspicious 것을 beachten, dass die Krise oder intendern